Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zum fünften Teil Jagd auf die Atago Black. Ich habe mich nochmal entschieden zuzuschlagen und wir versuchen hier nochmal unser Glück. Wir werden maximal wieder 10 Container in dieser Folge öffnen und rechts nochmal eingeblendet, was wir dort alles rausziehen können. Kreditpunkte würde ich ungern haben. Das gleiche gilt für Premium Spielzeit. Alle anderen Belohnungen sind für mich auf jeden Fall ein Plus, würde ich sagen. Von daher versuchen wir hier auf jeden Fall nochmal unser Glück. Drückt uns auf jeden Fall nochmal richtig fest die Daumen. Beim letzten Mal hat es ja anscheinend nicht geklappt und ich würde sagen, wir legen hier auch mal direkt los. Container Nummer 1 wird geöffnet und es startet auf jeden Fall mal schlecht hier mit 1,5 Millionen Kreditpunkten. Das wollen wir hier auf jeden Fall nicht sehen. Container Nummer 2 drückt uns nochmal hier die Daumen. Was haben wir hier? Oh. Ich glaube wir müssen erstmal eine Schweigeminute machen. Zweimal Kreditpunkte direkt hintereinander. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schlechter Start. Wobei vielleicht, wenn man einen ganz schlechten Start hat, vielleicht wird es natürlich ein ganz geiles Ende mit der Atago Black. Aber Kreditpunkte, das möchten wir hier nicht so gerne sehen. Container Nummer 3 wird geöffnet. Was haben wir hier Schönes drin? 25.000 globale Erfahrung. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Da sage ich nicht Nein zu. Container Nummer 4 öffnen wir hier. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen. Und ja, 15 Schattentarnungen wird natürlich in Farbe für permanente Tarnungen umgewandelt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nächster Container. Container Nummer 5. Was haben wir hier Schönes drin? Und ein Abzeichen. Das ist natürlich nochmal super. Abzeichen ist eine geile Sache. Das nehmen wir gerne mit. Container Nummer 6 wird hier geöffnet. Und was haben wir hier nochmal? Ah, Kreditpunkte. No. No. Drei von sechs Containern Kreditpunkte dabei gehabt in diesem Teil. Wäre das wahrscheinlich mein letztes Opening, also der letzte Teil hier vor gewesen, dann hätte ich gesagt, bei so vielen Kreditpunkten, nope, das war es. Ich kaufe mir keine Black Friday Container mehr. Aber, was soll ich machen? Drei von sechs. Gucken wir mal, was sagt der siebte Container? Kann ja eigentlich nur besser werden, hoffentlich. Und wir haben hier nochmal 10 Beförderungsbefehle hier am Start. Das ist super. Beförderungsbefehle sind immer nützlich. Container Nummer 8 wird geöffnet. Was haben wir hier nochmal drin? Oh mein Gott. Wird viermal Kreditpunkte hier in dieser Folge gezogen. Das ist wahrscheinlich, wir haben natürlich noch zwei Container maximal über, die ich hier öffnen werde. Aber die schlechteste Ausbeute, die wir bis jetzt hier hatten, drückt uns nochmal ganz, ganz fest die Daumen. Ich drücke mir selber die Daumen. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Container Nummer 9 wird geöffnet. Was haben wir hier schönes? Und zwar nochmal ein Abzeichen. Das ist natürlich stark Abzeichen. Richtig geil. Das hat sich auf jeden Fall hier von den Dublonenwerten halt schon dick gelohnt. Der letzte Container wird geöffnet jetzt hier für die Folge. Kriegen wir nochmal was Geiles. Und wir kriegen noch ein Abzeichen. Das ist natürlich geil. Drei Abzeichen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, haben wir jetzt hier in diesen zehn Containern gezogen. Ich habe mir das nämlich mal aufgeschrieben. Und zwar der Wert von einem Abzeichen sind 2500 Dublonen. Also theoretisch die drei Abzeichen, die wir jetzt hier gezogen haben, haben schon einen Wert von 7500 Dublonen. Das natürlich sehr geil ist. Dennoch, die Kreditpunkte, die waren natürlich in dieser Folge, in diesem Teil nicht so prickelnd, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, eine Folge wird es auf jeden Fall nochmal geben. Einen weiteren Teil. Und dort ziehen wir dann hoffentlich die Atago Black. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.